Hallo zusammen, hier ist wieder euer Zauselbart und ich bin zurück mit einem neuen PSA und BGS Return. Ein paar Karten sind zurückgekommen, es sind nicht besonders viele, waren eher so Re-Holder, Crossover, kleinere Geschichten mit wenigen Karten. Von mir sind einige Karten zurückgekommen von BGS und einen kleinen Mail, den haben wir von mir auch noch am Schluss, also schaut gerne bis zum Ende euch das Video an. Und wir fangen an mit dem Lukas und der Lukas hat endlich seine Lamello zurück und es ist eine Pristine 10 geworden, die ist ja erst auf dem Weg zu PSA gewesen und PSA graded die aber nicht. Und genau, hier ist einmal die für Lukas, die Glass von Lamello, eine Rookie ist es auch noch und die bekommt er dann endlich jetzt wieder nach der Odyssee. Und dann haben wir als nächstes einmal den Vassili und der Vassili hat zurückbekommen eine Franz von BGS, hat eine 7,5 bekommen, eine Triple Autograph aus National Treasures und dann gab es auch noch PSA-Karten für den Vassili. Da lief es ein bisschen besser, was die Grades angeht. Unter anderem haben wir hier einmal CJ Stroud und CJ Stroud ist Stain Class. Superschönes Ding, brutales Ding. Hier gab es eine PSA 9. Glückwunsch dazu, Vassili. Und dann haben wir einmal Brock Purdy mit einem Rookie Downtown aus Optik. Und hier gab es einen Upcharge und hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch, Vassili. Einfach mega nice. Mega, mega nice. Richtig brutal. Und dann gab es noch eine Brock Purdy mit einem No Huddle Autograph. Und hier gab es ebenfalls einen Upcharge. Es gab die Doppel 10. Absolut brutal. Glückwunsch. Richtig, richtig nice. Richtig, richtig nice. Und dann machen wir weiter mit der Angelina. Die Angelina hat was zurückbekommen und zwar einmal Kobe Bryant, Game 1 Material. Und das war einfach nur ein Reholder, weil die Karte falsch rum drin war. Also die Rückseite hat auf dem Kopf gestanden in dem Holder. Und jetzt passt es auf jeden Fall. Die ist zurückbekommen für Angelina. Dann haben wir einmal Janis mit dem Rookie Autograph. Mit dem Rookie Autograph Apprentice aus Crusade. Und hier gab es eine Autograph, hat eine 10 bekommen. Genau, hier wurden die Karten authenticated. Die nächsten beiden einmal Auto 10 bekommen. Sehr schön, Angelina. Ist die also auch im Holder einmal gesaved. Und dann haben wir Steve Young mit einer absolut brutalen Karte. Richtig geil. Auch 15 hier aus Flawless Champion Signature. 1 von 15. Und genau, da waren sie ein bisschen streng mit dem Autograph. Ich glaube, im Endeffekt haben wir schon gesehen, woran es lag jetzt letztendlich. Autor hat eine 9 bekommen. Karte Authentic. Einfach ein super schönes Ding. Und dann kommen wir zu meinen Karten, die von BGS zurückgekommen sind. So. Meine Karten, die von BGS zurückgekommen sind. Und es geht direkt los mit einer One of One. Man erkennt ja meistens immer schon am Label, was da los ist. Also ich werde jetzt nicht versuchen, da alles zu verschleiern. Wir drehen es einfach um. Wir haben eine Obsidian Second-Year One of One. Einmal die Electric Edge White Mojo. Wobei man immer von diesem White Mojo nicht wirklich viel sieht. Aber das Mojo kann man schon erkennen. Den Mojo-Effekt hier gab eine 8,5. Generell, ihr wisst ja, Grades spielen für mich keine Rolle. Ich möchte die Karten einfach encased haben für mich, für die PC. Dann haben wir als nächstes eine weitere One of One. Und die ist einmal aus Recon. Und das ist die Future Legends, die ich einfach richtig nice finde. Das ist ein massiver Einsatz von Platinum Foil. Da gab es auch eine 8,5. War eine wunderschöne Karte. Richtig, richtig sweet. Dann haben wir einmal aus Chronicles die Draft Position. Nummer 8 war es beim Franz. Karte ist Nummer auf 8. Gab eine BGS 9. Auch ein superschönes Ding. Dann haben wir einmal zwei Noirs. Die beiden Base Noir, One of Ones, Platinum. Auch Second-Year. Einmal Version A und I, also Association und Icon Edition. Auch superschöne Dinge. Einmal eine 9, einmal eine 8,5. Brutale Karten. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben die nächste One of One. Und es ist aus National Treasure. Einmal ein Jersey Treasure. Laundry Tag. Game One Material. Einfach Wahnsinn. Hat eine 8 bekommen. Kein Scratch und Sniff mehr. Dafür im Holder. Und dann haben wir einmal einen Jumbo Material. Second-Year. Ebenfalls Game One. Disgusting Patch. Und hier ist das krasse, diese Jumbo Materials Prime sind eigentlich auf drei Numbers. Und hier haben sie aber den Stamp vergessen. Und die wurde jetzt gegradet. Und da steht es Missing Serial Number. Also Serial Number fehlt. Und da kommen wir aber gleich nochmal zu beim Mail Day zu diesen Karten. Sehr schönes Ding. Und dann haben wir dazu noch die One of One. Einfach eine meiner absoluten Lieblingskarten. Einer meiner, ich würde sagen, einer meiner geilsten Karten auf jeden Fall in der PC. Nike Diamond Swoosh. Game One Material. Bedeutet, es ist Rookie Game One, dass die Diamond Swoosh nur im Rookie Jahr von Franz gab. Bei den Jerseys. Und ja, hatten 8,5 bekommen. Einfach mega nice. Richtig krass. I love it. I love it. Es hört nicht auf, Leute. Es hört nicht auf. Wir bleiben beim Diamond Swoosh. Und wir haben einmal die Rookie Silhouettes auf 3. Wahnsinn. First of the Line Premium. Ebenfalls mit einem Diamond Swoosh. Auch wenn man ihn nicht unbedingt komplett erkennt. Richtig, richtig geiles Ding. Hat eine 9 bekommen. Autograph mit einer 10. Auch das ist eine meiner absoluten Favorite Karten in der PC. Einfach irre. Einfach irre. Und dann kommen wir direkt zur nächsten. Und ich weiß nicht, ob die schon jemand gesehen hat. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht der Contenders Rainbow in alle Richtungen weiter. Es ist die Gold Shimmer. One of One. Aus First of the Line. Einfach eine geile Karte. Hat eine BGS 9 bekommen. Autograph mit einer 10. I don't know. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte als alter Contenders Lover. Das ist einfach so ein Grail. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Richtig, richtig schick. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Und dann kommen wir zu einem Mailday. Und damit direkt die nächste Jumbo Material. Und diesen aber numbered jetzt dieses Mal. Also ist genau die gleiche Karte. Nur es gibt welche davon. Die sind gestemmt auf drei. Und die habe ich auch alle drei übrigens mittlerweile dann jetzt. Also so nice. I got them thrice. I got them thrice. Jumbo Material. Gratlin Sniff. Und wir haben noch eine One of One in Mailday. Aus Immaculate. Second year. Auch sehr schön mit der Platinum Foil. Superschönes Ding. Mega nice. Und immer auch schön, wenn ein bisschen Text hinten drauf steht. Muss ich mir noch zu Gemüte führen. Und dann habe ich zwei Karten gekauft, die schon im Slap sind. Eine Black & Gold Choice hat mir noch gefehlt. Rookie Black & Gold Choice auf 8 aus Mosaik. 6 von 8 ist es. In der PSA 9. Das Gute ist halt immer, dass PSA 9er im Vergleich zu den 10er nicht so teuer sind. Da kann man immer gut ein paar schöne Karten mitnehmen. Ja, und dann kommen wir noch zum Abschluss zum absolut kranken Banger. Und zwar der Mosaik Nebula Choice 101. Oh boy. Meine erste Mosaik Nebula. Einfach crazy. Uno de Uno. Brutal schöne Karte. I love it. I love it. I love it. Wahnsinn. Da fehlen mir auch wieder die Worte. Leute, wenn ihr was zum Grayline erreichen wollt. Aus der Community. Aus den Breaks. Aus den Underpaid Treasure Packs. Aus den Packeditions. Aus den Breaks von Dennis the Ripper. Schreibt mich an. BGS, PSA. Beides möglich. Alle vier Wochen circa. Gehen da Submissions raus. Wenn ihr irgendwie eine 5000 Dollar Karte habt. Wie die Bambi von Sky. Können wir da auch zwischendurch mal was einreichen. Ansonsten. Schreibt mich gerne an. Schaut gerne auf RickmanBreaks.de vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Rickman. Greats. Bis dahin. 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 Bis dahin.